Einfügen und Bearbeiten von Bildern Lange Textdokumente wie Berichte oder Dokumentation werden durch den Einsatz von Bildmaterial aufgelockert und wirken so attraktiver. In Word können Sie bequem Bilder einfügen und bearbeiten. Bitte nehmen Sie sich für dieses Lernmodul ungefähr 12 Minuten Zeit. In diesem Modul erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Bilder in Ihre Dokumente einfügen können, wie Sie Farben, Helligkeit oder Kontraste der Bilder verbessern und wie Sie den platzierten Bildern Effekte zuweisen können. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Um sich für einen Sprachaufenthalt im Ausland zu bewerben, haben Sie einen Lebenslauf geschrieben. Hier möchten Sie nun ein Foto von sich einbinden. Dies hat auch die Schülerin Lea G. vor. Wie aber füge ich ein Bild ein? Und so können Sie vorgehen. Die Registerkarte Einfügen enthält den Befehl Grafik einfügen. Indem Sie den Speicherort angeben, können Sie Bilder hinzufügen. Die Verbesserung von Helligkeit oder Kontrast ist auch nachträglich möglich, genauso wie das Anpassen des Bildes an den Farbstil Ihres Dokumentes. Und Effekte wie Rahmen oder Schattierungen werden die Bilder enorm auf. Die Effekt-Bibliothek befindet sich auf der Registerkarte Format. Gestalten Sie attraktive Dokumente. Umfangreiche Funktionen für das Platzieren von Bildern und für deren Bearbeitung und Anpassung helfen Ihnen, interessante und gut gestaltete Dokumente anzufertigen. Wir fassen zusammen. Auch im Textprogramm haben Sie die Möglichkeit, mit Bildern und Illustrationen zu arbeiten. Die Qualität der Bilder kann auch nachträglich direkt im Programm optimiert werden. Und Effekte und Farbstile geben gestalterischen Spielraum und werten die Bilder auf. Nun wünschen wir Ihnen für das Lernmodul Einfügen und Bearbeiten von Bildern viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017